hey leute was geht pokelost hier und heute haben wir wieder ein richtig richtig geiles pack richtig nice box denke ich mal ja mit pokémon gekauft nichts großes aber doch es ist ziemlich groß ich muss ein bisschen weg von der kamera gehen wir haben die pikachu und sechrom gx premium collection mit der wunderschönen tag team karte in promo und in xxl die natürlich dann wieder in den beinahe von mein sohn wandert und wir haben hier zehn booster packs sind zehn stück richtig nice ich glaube ich war irgendwie bei 40 euro 45 euro also ich glaube so allein der einzepack preis ist schon ziemlich nice dazu noch die richtig zwei meisten karten ich bin sehr gespannt die box sieht toll aus ist schwer ist wirklich echt schwer und ja nicht mal gestärken wir gehen rein so und da haben wir es auch schon es ist echt riesig es passt schon wieder gar nicht ganz rein hier in die kamera richtig nice karte ja ich weiß gar nicht ob das gold karte zählt ich würde einfach mal so was sagen jetzt ist hier auf jeden fall golden aus in normal und in groß hier haben wir fünf booster packs sind schon chilling rains wir sehen evolving skies hier sehen wir noch nicht was wir drin haben so wir ziehen darauf ging gar nicht so einfach auf diesmal und wir sehen hier noch weitere wir sehen noch mehr chilling rains und zweimal battle style ist nicht unbedingt die beste auswahl war chilling rains und auch battle styles sind relativ günstig zu haben aber dennoch zehn packs in zehn packs und vielleicht ziehen wir nice hits raus so da haben wir das gute stück pikachu und zekrom gx tag team mit einer wirklich schönen struktur auf der karte es sieht absolut hammer geil aus ich liebe dieses bild es sieht zu stark aus und wir haben das ganze auch noch im dick fährt xxl ich habe das gefühl dass die farben bisschen bisschen stärker sind pikachu sieht ein bisschen rote auch bisschen rötlicher aus auch zekrom bisschen mehr blau hast du gar nicht ganz ins bild richtig stark auch hier auf der großen hatte haben wir die struktur hier man sieht sie sogar ziemlich gut auf der kamera sehr sehr nice mein sohn wird auf jeden fall feiern weil ja mein sohn hat den xxl binder und wir packen die karte hier natürlich mal ganz schnell in das lief und wie immer würde ich sagen wir heben uns das beste das vermeintlich beste zum schluss auf die wollen wegen skies am ende ich würde sagen wir fangen mit chilling rain an dann battle styles und dann die wolving skies let's go wir haben hier artworks einmal kornaspa ich weiß jetzt gar nicht ob schimmelreiter oder das andere actually haben wir beide das ist schimmelreiter kornaspa das ist der andere ich weiß es nämlich wieder heißt mir fällt nicht ein wie es heißt es wissen es ist ein arctus ja das ist galerian arctus das ist galerian arctus actually das ist cool wir haben alle drei mit galerian arctus wir haben galerian labradus und galerian zaptus so vielleicht ist es ja eine kleine vorahnung so was wir jetzt gleich ziehen werden wir fangen an erstes pack chilling rains ich bin mir gar nicht sicher ob ich schon chilling rains aufgemacht habe meine vielleicht ein oder zwei packs wir haben die code karte wir haben agatha wir haben pionier das schuppert habe ich im entweder dark phantasma oder wimax klamotts gezogen ich bin mir relativ relativ sicher ein squabbit es viel ein smearlix sieht aus der susas ein jamaß sehr stark auch und wir haben ein rollipede in rios holo und haben wir im ersten tag des tages ein hitter nicht wir haben einen non holo wohl corona ich habe das pokémon bis jetzt noch nie gesehen aber es sieht auch sehr 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 nice aus schon mit dem feuer mit dem flamme im hintergrund denn die story nicht dazu aber es sieht cool aus mit der code karte 1 2 3 4 code trick karten trick und energie polygon 2 sehr cool club probos no club bus club bus ein club bus cg art work cast form snowy form ein gollard in rivers holo und wir haben ein sang dus auch mann holo aber es sieht so stark aus ich liebe es wenn wenn die farbkontraste hier so schön sind blau rot über dem weiß drüber sehr nice sehr nice also ich sage euch wir werden auf jeden fall zwei hits heute ziehen insgesamt wir haben ja noch battle styles wir haben noch evolving skies wir werden was den stellen einmal vor ich will da nichts predikten das hat man schon mal mit regenbogen nach haare aber stellt euch mal vor embryon alternative art wir haben rabut sehr cool fuck crystal rals schon wieder schon relativ oft vorzukommen cast form rainy form diesmal das time snow war schneebedeck wir haben wir haben erneut ein galerian jamaß und ein gade war holo ok da ist der erste kleine hit für heute gade war in holo sehr sehr stark sieht sehr cool aus mag hier diesen diesen ball hier im hintergrund bis jetzt haben wir zwei streams gemacht bis jetzt auf englisch ich werde die streams auch auf englisch beibehalten ihr könnt mir mal wissen lassen ob ich den stream auch auf diesen kanal dann gleichzeitig zu meinem hauptkanal anwerfen soll aber natürlich auch auf englisch wäre eine möglichkeit um vielleicht den kanal ein bisschen mehr reichweite zu generieren natürlich wenn man live ist kriegt man hier und da ein paar subs rein ist wahrscheinlich maximal einmal die woche momentan eher zweimal im monat das heißt zweimal im monat vielleicht drei oder vier mal wäre ein englischer inhalt auf dem kanal der rest ist ja ansonsten deutsch ansonsten würde ich von dem ja mein stin ansonsten würde ich von den englischen streams wie bisher auch highlights hochladen mit englischen voiceover ja mit deutschen weiß aber natürlich was natürlich ein bisschen mehr arbeit ist ist okay macht mir spaß aber ich denke mein englisch ist auch relativ einfach zu verstehen also lasst mir wissen es wäre es okay für euch ab und zu ein englisches video auf dem kanal zu haben oder werdet ihr da komplett dagegen ein polygon hatten erst polygon 2 jetzt haben wir eins ein heracross war was für ein starkes artwork und leute ich sehe es schon glitzern ich sehe es glitzern ich zeige mal den rand hier ist was drin hier ist was ich weiß nicht was es ist aber wir werden sie erzählen let's go hit des tages bis jetzt oh es ist eine trenne karte es ist eine trenne karte ok doktor right nice und wir gehen rein ins für heute letzte pack mit chilling reins so eine code karte lairion und lehrer und lehrer und fire resistant das ist übrigens auch so oft ich kenne das pokémon wie ich sehe wenn ich dann in englisch und deutsch namen lese ja okay aber mir fällt dann oder aber ich kann es auch nicht benennen wenn ich nur das pokémon ohne namen ziehen würde auch hier blitzel es heißt irgendwas ähnlich wie zebra aber mir fällt eben nicht ganz genau ein ein quillfish wir haben einen galarian slowpoke das liebe ich mit dem gelben kopf hier in dem gelben ende vom schwanz richtig die nice ein weedle honlyu wir haben noch mal ein club bobos club opus eine brustplatte glarian jazz plate wir haben ein ein agron ein stollers in non holo super super stark wie er hier doch den stollen geht was so wahrscheinlich nice aber leute wir haben aber ich würde sagen auf jeden fall eineinhalb hits hier das ist ziemlich nice für dieses set wir haben noch zweimal battle styles hier und dann noch die wolving skies war erstes pack battle styles wir fangen an mit der code karte es wollen code karten eigentlich immer oder nur in bestimmten setz ich hab's jetzt noch nicht raus war eine code karte ist weil er nicht also falls ich euch spoilern sollte dann sorry ich persönlich werde nicht gespoilert weil ich gar nicht weiß was bedeutet ein pick knight würde ich mal sagen der hat zwischen der evolution 1 und 2 bisschen in die stränge geschlagen was das essen angeht aber gut das habe ich auch ein duo blade natürlich ist es sind ja auch zwei schwerte sieht sehr gut aus ein spiro habitag haben ein formandes ich liebe das artwerk das sieht so nice aus generation 1 pokémon ein zubart in häkel optik ok das ist ja genau mein sohn sagt kuscheltier ja sieht aus wie ein kuscheltier warum auch immer ein fröhlich wir haben einen klick score in rivers holo sehr nice die weitwindentwicklung von skorgler wir haben ein shelly sand non holo ja ich muss jetzt gerade erst mal schauen weil ich hier sieht aus wie so ein octopus irgendwie hier ist ein kopf hier ist ein wasser ok ach so hier ist ein angler und wir gehen rein in die zweite battle styles an den in den zweiten mittels als booster jerry rapid strike energy im fügel ein schings ein scheinuchs sehr sweet mag meinen sohn sehr gerne ich mag es aber auch ein kack näher ein paunyard zimmer sehr cool beim hausbau ein tepik tepik hoffen wir man spricht so aus in englisch wir haben ein tool jammer rivers holo sieht fast aus wie so eine zigaretten schachtel und wir haben einen robot in holo neues sehr cool ein holo aus battle styles das nehmen wir doch mit heißt also wir haben die letzten drei packs vor uns wir haben dreimal evolving skies einmal mit embryon einmal mit sylvia und einmal mit reich wasser nur sagen wir fangen mit sylvia und an gegenüber reich wasser zur embryon zum anderen booster und da ziehen wir dann vielleicht eine sehr sehr geile karte ein führer ein fluffy sehr starkes artwerk hat man schon mal rebombi ich glaube das ist das erste mal dass ich die weiterentwicklung von cutie fly habe wir haben ein bigger of in rivers holo und jetzt leute haben wir einen head in evolving skies okay es sieht aus wie eine v karte ein mini jam wie nice nehmen wir doch mit das ist doch cool das ist auf jeden fall mal besser als eine non holo sieht sehr cool aus mit ich so wir gehen weiter ins volks pack reich wasser auf evolving skies und wir fangen an mit blitz energie blitz energie mit vielleicht ein gutes omen wenn man landern stimmt also schon mal shopping center ein fletschender ein lily pop apple also da als ich das pokémon das erste mal gesehen habe in sorten schielt da dachte wirklich okay es ist aus mit den ideen pikachu okay das irgendwie immer ein gutes omen ein cutie fly ein eevee richtig coole pokémon hier pikachu eevee oh ich sehe was ich so wir haben die leute wir werden hätte haben tentacool in rivers holo ich habe schon was blitzen sehen hier guck mal es blitzt es ist eine remix glaube ich wie max extra wie star wir haben ein flerion wie max ein flamara wie nice ist das denn leute das ist doch mal eine sehr sehr geile karte nice dynamics flerion wie max das ist stark das ist stark ich muss sagen flamara ist von den ersten drei evolutions mein absoluter favorite so und wir gehen ins letzte pack wir haben uns schon bekommen also wenn wir jetzt keine mehr kriegen okay aber es natürlich noch was nettes kriegen mit natara embryon vorne dran ich bin gespannt wir gehen rein wir gehen sofort rein hier das pack springt mir schon fast entgegen aufmachen einmal hier kommt für euch und der letzte karten drückt heute leute wir gehen rein mit der energie tentacool tentaxa lucky ice pop da hat man auch fuck of knives braviary teddy user wir haben ein dino wir haben ein petilil ihr folgt von chinju ein fledgling das war ja schon ein aroma lady reverse holo und die letzte karte für heute ist es ein hit oder nicht es ist ein slacking in holo let's go die nehmen wir mit die habe ich noch nicht so gut auch super super böse aus super stark sehr cool gefällt mir leute war doch recht ordentlich würde ich sagen so leute und das war es noch ganz kurz die hits von heute natürlich die riesengroße xxl karte pikachin sacrum tag team es sieht hammer aus von den xxl karten vielleicht sogar mit die schönste die wir aktuell haben dann das ganze natürlich als promo karte in der normalen größe jetzt sieht super stark aus die pose pikachu wahnsinn dann haben wir slacking in holo gerade gezogen aus die wolving skies wir haben crobert in holo wir haben einmal gerade war in holo wir haben medicham in wie wir haben die doktor trainer karte full art sieht sehr stark aus muss ich sagen und last but not least definitiv der hit des tages flammerer okay flarian wie max sehr 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 stark freue mich extrem über diese karte leute das war schon wieder wir sind am ende heute aber zehn packs war ich ziemlich viel danke fürs zuschauen lasst mich wissen wie ihr die flammerer wie max karte findet ich bin sie sehr sehr nah es sieht wirklich sehr stark aus ich hatte sie noch nicht und ich freue mich aufs nächste video lassen kommentar da abonniert den kanal for free und wir sehen uns sehr bald wieder ich bin raus und tschüss